Dreh 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 Die nächsten Fertigkeitspunkt, den ich freischalte, muss ich in Overkill stecken Weil da kannst du zwei Primärwaffen mitnehmen Okay Da nehme ich auf der einen Seite mein BMP Und dann darunter nehme ich das Snipergewehr Da kann ich je nach Distanz dann immer die Waffe wechseln Ha, ist auch nicht verkehrt Noch kann man sich überspringen Ist doch das hier mit dem ersten Mal mit diesem Übertypi da, ne? Der so ewig viel aushält Das können gut möglich sein Ich weiß nur eins, ich werde jetzt in jeder Mission immer schön den feigen Hund spielen und hinten sitzen Wollte ich gerade sagen, ich habe schon mal aufgefallen, dass du ja ich auf Boden lag Ah ne stimmt, einmal du Ne, einmal lag ich auch Ja gut, aber sicher ist sicher Wenn wir beide Sterben haben wir ja nicht vor Ich habe auch gerade noch ein Sicherheitshaber nachgekugelt Die empfehlen dir sogar, dass du gerade dir das auf Veteranen machst mit mindestens zwei Leuten Nämlich gerade deswegen, dass du wiederbeleben kannst Und nur dann, wenn wirklich alle gestorben sind, dann musst du die Mission wiederholen So Und deswegen finde ich den Pussy-Modus nicht mehr so verkehrt Schnippern Schnippern Fähigkeiten So Wir stören die Kommunikationssysteme der 54 Immortals Ach, das ist das jetzt stimmt So, muss man die Sicht an Guck dir mal das geile Schnippern an Ich finde das mit dem Mit dem äh Skind sieht das übelst geil aus Ne Schnauper Wieso greifen die Immortals ein Elendsviertel an Und ja jetzt, das ist die Mission mit den Kriegern Sensible Daten in die Hände der CDP fallen Könnte das dem Winslow-Abkommen immens schaden Wir warten auf Informationen über einen Drohnenangriff Aber ihr müsst rein und sie abfangen Wir müssen sicher gehen Verstand Schend auf dem Weg Ich dachte mir jetzt, na Ich hätte mit dir hier am Anfang ist hundertprozentig irgendwie ein Rausensammelding Bleibt unten Wird glaube ich auch Ja Wir müssen in den Weg gehen Los Oh shit Achtung Ein Kampfwagen kommt Feindliche Gebäude Zweiter Stock Headshot Keine Ahnung Nötchen oder nicht Ausfall Alles klar Nimm den Schwarmwerfer Boah, Alter, was ein Penner, ey Jaja Sprengsätze kommen, gießt die Panzerung nicht an Komm, mach den Mistkerl platt Wen dabei So So Ich sei Oh, meine Dinger fliegen alle gegen das Schreckhausdach Oh 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 ja ich muss noch ganz kurz nebenauf auffrischen die design ist normaler alter der macht so schaden ja da nur alles sicher das war ein verdammt harter bursche daran zweifle ich nicht die mortals kommen da draußen an quasi jede waffe und ausrüstung der supersturm wird immer verheerender je höher wir kommen platziert gleich den bolzentreiber und halte gut fest der scheiß wir finden im zudem setzte den bolzentreiber ein hmmm easy benutzen den bolzentreiber was schickt ihr uns auch bei so einem scheißweller hier raus aber echt ich war bei luftwaffe ich bin sunscheinsoldat festhalten grünes licht für den drohnenangriff aktiviert ich komme hier nicht mehr hoch nein 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 scheiß stopp ich häng grad fest das gibt's doch gar nicht ich bin ja wirklich müsste eigentlich hier angepottet werden oder so die wellen sind ein problem halt den bolzentreiber bereit ne ich bin schon in dir st vorfall ich bin auch immer noch irgendwo Ja, stimmt. Hat eine Gutschein gemacht, der eine Typ hier, ey. Nein, fuck. Woah. Da geh. Ja. Nein, jetzt bin ich da. So, bitte. Danke. Gott, Schauschütze weg. Alles klar. Hopp. Gut. Was ist denn hinter mir? Deine Weih. Ja. Gut. Gut. Der Sturm wird schlimmer. Das Operationsgebiet ist bald nicht mehr passierbar. Hm. Gut. Hm. Was ist denn hier? Was ist denn hier? die sicht verschlechtert sich aktiviere den taktik modus damit sie uns nicht überraschen können da ist schön feige spielen dann geht das schnippen ich trau den Frieden und ich glaube links der ist weg rechts von einer, weil der Sau weg alles ok danke Hendrik Cain wir haben die Fracht erreicht was jetzt du musst dich verbinden ich benutze dein DNI zum extrahieren und löschen der Daten sowas geht nicht dein DNI nutzt unsere zentrale Datenbank alles wird erfasst und verfolgt wird Dateien gesichert und zensiert der Sturm wird schlimmer wie zensiert ich wollte Pornos gucken verstanden, danke dir ich nehme das obere Deck, du das untere oh ne jetzt kommt noch die scheiße mit der Zeitlupe nein das sah eher so aus als ob meine Kanate gerade uns den Arsch gerettet oder das, das kann auch sein aber ich hab mich auch selber gekickt auch nicht schlecht ja, das ist halt das gefährliche an dem Ding so, haben wir sie jetzt upsala ja, da sind wir ja wieder äh ohne Wasser wir nähern uns der Kommandozentrale melden uns wieder, wenn wir aufgeräumt haben macht besser schnell wir haben schon berichtet, dass die CDP präzise Informationen zu den Schwächen unserer verbündeten Truppen hat ja, ja wir müssen dem einen Riegel vorschehen wenn du mitballern würdest, weißt du ja dann ginge das alles viel schneller, aber nein ich bin ne Frau, machst du das nicht da ist nochmal Muni, was du brauchst freuisch aber danke naja gut, ich hab den äh Raketenwerfer oder was das ist, habe ich nochmal vollgemacht sie greifen an schicke Glühwürmchen sie greifen an schicke Glühwürmchen ja, das war's wohl Gehe ins Erdgeschoss Feinde oben und unten aha aha also schnipper gefällt mir ganz gut schnell kommen schnell kommen Leute in der Tür verstecken gilt nicht hehehe alter oder so oh shit Vorsicht jo hu ok nice ah die Typen haben Einsatzschilde Gehe in den ersten Stock nimm Splitterkanaten nö ich nehm mein Thermalding oder wie das heißt dann ist es vorbei hier ist die Collectible oh sehr schön Moment ich komme juhu hör wir bist nur da reingekommen durch die äh hier ja genau ach hier durch die Tür oder Fenster genau hehehe oh sah ein bisschen aus wie der Halo-Helm hab wir auch gerade gedacht Moment ich lad mal kurz nach Vorsicht Kanade na gut lieber scheiße h so läuft ganz gut hier wieder also bis jetzt ja ich will es nur nicht immer an anbietender, oder wie das heißt, ich hab das Wort vergessen, scheiße, weil dann...